Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial. Ja, besser gesagt einem Update und zwar hatten wir uns ja in einem Video, das war vor ein paar Tagen, angeschaut, wie wir den S-Verweis verwenden können und zwar in Kombination von zwei Spalten. Also in dem Fall zwei Zellen hier, wir hatten John und Snow und wir haben hier entsprechend dann das Ganze verknüpft hier im S-Verweis und haben dann entsprechend unsere Tabelle durchsucht und haben dann hier entsprechend in der, in dem Fall Zeile 7, John Snow gefunden und haben uns dann einfach hier 350 als Umsatz zurückgeben lassen, weil wir hier die 4 hatten und entsprechend nach der genauen Übereinstimmung gesucht haben. Das hat natürlich auch bedeutet, dass wenn ich jetzt hier zum Beispiel den John einfach so schreibe, dass ich dann entsprechend einen Fehler rausbekomme. Also weil wir ja nur über genaue Übereinstimmungen hier sprechen. Dann hatte Peter eine Frage, deswegen Peter nochmal vielen Dank dafür, natürlich auch bezüglich, wie ist denn das mit Platzhaltern und auch dem X-Verweis, also dem neuen S-Verweis. Funktioniert das da auch? Und er hat dann auch direkt in dem Kommentar zu dem Video das auch schon die Lösung dazu geschrieben, dass es funktioniert. Das könnt ihr auch gerne mal anschauen, das heißt dafür nochmal vielen Dank. Und was er genau gemacht hat, war beispielsweise mit einem Platzhalter hier zu arbeiten. Das kann man folgendermaßen machen und zwar hatte ich das auch schon mal in einem anderen Video, glaube ich, vorgestellt, dass man eben mit diesen sogenannten Sternen oder auch Asterix, heißen die im Englischen, arbeiten kann. Das heißt, ich könnte statt, dass ich hier wirklich John 1 zu 1 zu hinschreibe, könnte ich auch einfach sagen, es muss etwas sein, in dem O-N vorkommt und dann könnte ich zum Beispiel sagen, es beginnt mit irgendetwas davor. Und dieses irgendetwas kann ich mit diesem Sternchen quasi definieren. Das heißt, der S-Verweis ist dann schlau genug zu erkennen, okay, dieser Stern steht für irgendwas und wenn ich mal hier reinschaue, sehe ich, John Snow hat hier dieses O-N, also das muss vorkommen, aber davor kann irgendwas stehen. Und hier steht halt ein J davor und sonst trifft das hier nicht zu. Also deswegen könnte ich jetzt hier zum Beispiel das eingeben und ich bekomme nach wie vor die 350. Vielleicht der Hinweis, warum bekomme ich hier beispielsweise nicht diesen Monkey D. Ruffy, der hat ja auch O-N hier drin. Der Grund ist, dass ich hier aktuell nur sage, such mir etwas, das irgendetwas vor O-N stehen hat, aber danach darf nichts mehr kommen. Und genau das ist ja hier nicht der Fall bei Monkey D. Ruffy. Deswegen bekommen wir hier John Snow und deswegen funktioniert das hier auch mit dem Platzhalter. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wie ihr die Platzhalter definiert. Aber hier in dem Beispiel hieß es nur, es darf irgendetwas davor stehen, aber danach darf halt nichts kommen. Danach kommt, wie wir es hier auch definiert haben, nämlich ein Leerzeichen und dann kommt dieser zweite Name hier. So funktioniert das. Und das natürlich auch noch als Hinweis, klar, selbst wenn wir hier Monkey D. Ruffy hätten, wäre natürlich nicht Monkey D. Ruffy und dann Snow im Nachnamen hier. Das würde man natürlich auch nicht finden. Aber das nur als Hinweis dafür. Also wenn ihr zum Beispiel was sucht, davor darf irgendwas stehen und dahinter irgendwas, müsstet ihr halt dahinter auch so einen Stern setzen. So könnt ihr das definieren. Und das zweite Ergebnis war ja, wie macht man das dann mit dem X-Verweis? Also der S-Verweis ist ja der gute alte Bekannte und der X-Verweis ist ja der, ich sag mal, der neue S-Verweis, der ein bisschen flexibler ist und der zum Beispiel, der funktioniert jetzt hier analog, also ist gleich X-Verweis. Müssen wir hier reinklicken und dann seht ihr auch, was er eben tun kann und dann bekommt ihr hier auch wieder die Optionen, die ihr hier braucht. Und es ist halt ein bisschen oder leicht anders im Vergleich zu dem hier oben von den Kriterien hier. Also ihr gebt auch wieder ein Suchkriterium an. Das kann in dem Fall wieder beispielsweise das hier sein und das verknüpft ihr dann auch hier wieder mit einem Leerzeichen. Also das ist genau analog wie oben. Und dann nehmen wir halt hier diese zweite Zelle auch mit rein. Also das suchen wir. Dann müssen wir jetzt eine Suchmatrix angeben. Da geben wir jetzt hier nicht mehr diese ganze Tabelle an, sondern als Suchmatrix gebe ich einfach nur diese Matrix hier vorne an, also diesen Bereich A. So, und dann kann ich sagen, meine Rückgabematrix, also wo soll denn der Wert, der quasi hier gefunden wird, zurückgegeben werden? Da könnte ich jetzt beispielsweise dann eben meine Spalte D, also diese Umsatzspalte hier markieren. So, diese hier. So, und dann, wenn ich das habe quasi, kann ich dann hier noch sagen, wenn ich gefunden und auch den Vergleichsmodus, ihr seht ja, das ist in Eckenklammern, das heißt, das ist alles optional. Ich überspringe das jetzt mal, auch das überspringe ich jetzt und als Suchmodus, beziehungsweise was habe ich jetzt, hier ist das, darf ich nicht überspringen, Vergleichsmodus, das ist die 2, so, weil ich möchte ja hier die Platzhalterzeichen Übereinstimmung, deswegen ja auch der Stern, damit das funktioniert, und dann entsprechend dieses letzte, da muss ich nichts angeben, das heißt, ich schließe die Klammer hier direkt. Und wenn ich das ausführe, sehen wir hier, ich bekomme auch den Wert 350 zurück. Also funktioniert für den X-Verweis hier, analog zum S-Verweis auch. Man muss halt hier nur definieren, in dieser 2, das hat ihr ja vorhin gesehen, dass man eben diese Platzhalter auch verwenden möchte. Weil nur wenn man hier das angibt, wird das entsprechend auch gefunden. Gut, das war's für dieses kleine Update zu diesem Video, das heißt hier an der Stelle nochmal vielen Dank, Peter, dass du da eben die Frage gestellt hast und auch direkt schon die Lösung dazu gepostet hast. Und hier haben wir es halt nochmal in dem Video festgehalten. Sein Beispiel war ein bisschen anders, da ging es dann um Zahlen von 1, 2, 3 und so weiter, aber ihr könnt es euch wie gesagt gerne mal anschauen. Gut, das war's für dieses Video. Ich hoffe, das war soweit verständlich und war auch interessant. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, habt eine gute Woche, bleibt gesund und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut! Das war's für heute. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin, macht's gut!